und servus leute willkommen zum dritten türchen bei mir ich hoffe ihr hattet bis jetzt schon spaß bei meinen videos und habt fleißig mit geraten bei den ganzen dingen denn nun geht es weiter mit writing your name heute ist der talis an der reihe grüße an dich mein freund also ich probiere immer die videos rechtzeitig rauszuhauen und es kann auch mal vorkommen dass ich ein video mache und halt wirklich nur die frage stelle für den gewinn selber weil es hat einfach so zeitlich noch arbeiten jetzt vor weihnachten und so ihr kennt das alles dass ich halt wenigstens die gewinne raushaue dass ihr die möglichkeit habt es auch zeitnah alles mit zu nehmen sag ich mal dass ich wenigstens die videos haushaue aber ich versuche schon bei jedem video noch was zu zeigen ich versuche auch jetzt noch zwischen rein bei normalen sachen reinzustreuen wie zum beispiel das angekündigte unboxing von no way one sein paket aber wie gesagt ich gebe mein bestes für euch ich hoffe ihr habt spaß an der ganzen kiste hier und go so so Bis zum nächsten Mal. 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 Ja, und damit ihr auch wirklich seht, Moment, kann man das öffnen, ohne dass ich jetzt was kaputt mache? Oh ja, ja, das scheint zu gehen, sehr gut. Aha, okay. Also die Farben sind noch mit dabei, also 12 Marken noch plus das Blackbook. Heute wird mal richtig rausgehauen, Freunde. Ja, ich denke mal, das ist vor allem, also ich würde mir wünschen, es würde jemanden treffen, der vielleicht Bock hat zu malen und vielleicht nicht die Kohle hat, um sich sowas mal zu leisten. Das würde mir natürlich tierisch freuen, wenn ich dem damit ein kleines Starterpaket schenken könnte. Aber das kann ich natürlich nicht beeinflussen, wen es dann trifft. Auf jeden Fall, das gibt es heute zum Nikolaus oder nachträglich zum Nikolaus. Und ich quatsche mir schon mit einem Wolf hier, also viel Glück, Freunde. Und die Frage zum Glück lautet nämlich, wer hat mich damals mit der Kamera begleitet? Kleiner Tipp, er ist auch ein YouTuber. Wie gesagt, die Antwort zu dieser Frage bitte unten in die Kommentare schreiben. Und dann bitte, bitte, ich habe es jetzt immer wieder gemerkt, die Leute schreiben nicht mehr dazu, wie ich sie erreichen kann. Und vor allem könnt ihr auch mal gerne schreiben, wie euch das Video gefallen hat. Weil ich brauche schon von euch ein bisschen Feedback, so, ja, nee, pass auf, so und so, das könntest du vielleicht besser machen, nee, das finde ich mal gut, aber mach doch mal so und so. Weil das hilft mir natürlich auch, weil ich mache jetzt hier so mein Kram und denke, ja, das ist soweit gut. Aber eigentlich sagt ihr so, was macht ihr da eigentlich für einen Blödsinn, ja. Also gerne dazu schreiben, die ehrliche Kritik, die ihr habt, ja, würde mich auch sehr freuen. Aber wie gesagt, richtige Antwort in die Kommentare mit den Kontaktmöglichkeiten. Dann wünsche ich euch viel Erfolg, viel Spaß wieder beim Gewinnspiel. Wie gesagt, die Ausschüttung ist dann, Moment, lasst mich nicht lügen, das müsste der... Ich blende es hier oben mal ein, weil ich weiß noch nämlich nicht genau, wann das Video nämlich rauskommt. Also ich hoffe, ich blende es dann hier oben ein, wenn nicht, steht es unten hoffentlich in der Beschreibung. Danke fürs Zuschauen, meine Freunde, viel Glück, viel Spaß, macht's gut, ciao. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Untertitelung des ZDF, 2020